Nummer 19, Miss Taka 34, gezüchtet von Klaus Möbius, wird hier beschickt. Die Mutter ist von Angelo und Partner und sie ist eine Enkeltochter vom berühmten Takamichi Doid. Die Mutter stammt von einem Bar-R Ichiro Sohn und als nächste Generation haben wir Mit-Kensei Tochter im Teddy Doid. Dieses Rind wird verkauft mit drei Klasse 1 Embryonen von dem Bull LMR Itomoritaka, von dem wir schon so gute Tiere hier gesehen haben. Der Updatesheet wird Ihnen die Informationen geben, SCDAA Exxon 5 BC. Ich weiß nicht, ob alle den gelben Update-Zettel haben, wir geben aber diese Informationen noch durch. Die steht noch nicht im Katalog. Dieses Rind ist getestet und hat im SCD-Test AA und im Exxon 5-Test BC. Besser geht es nicht. Nummer 19, mit drei Embryonen dazu, an ihren Früchten soll man sie erkennen, die wird hervorragend züchtet. 3.000 Euro, ja, 3.000, 3.000, 3.000, 3.000, 4.000, ja, 4.000, 4.000, 4.000, 4.000, 5.000, 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 6.000, 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 8,000, 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 3 embryonen dazu, 8,000, 8,000, 8,000, 8,000, 8,000, 8,000. She has been flushed. She sells with three of her own embryos. She is a good embryo producer. That's good to know. And very few heifers are going to be both AA and BC on the Exxon 5. hat drei embryonen und sie spült sie spült sie spült sie spült sie kann spülen dabei weiter positiver Punkt wir sind bei 8000 wir sind 8,5 8,8 and 8,5 8,5 8,5 und 8,5 8.000 Achtung! 8.000 geradeaus 8.000 um eingang 8.000 Euro zum 8.000 first second 8.000 Eins, zwei und dritten Mal 8000 bei dir. Viel Glück, 8000.